Ja, hallo liebe Sportwirt und Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Wettstrategie. Und zwar schauen wir uns hier eine Idee an. Und zwar das Thema Draw No Bet mit sogenannten Value Quoten. Und wie du hier mit einer interessanten Technik auch nur bei einem einzigen Treffer schon kein finanzielles Risiko mehr hast und auch anteilsweise dein Risiko reduzierst, wenn das Spiel nur unentschieden ausgeht. Wenn dich das interessiert, wie das funktioniert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Wettstrategien. Mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sportsbetting Academy und springen wir weiter auf die nächste Folie, dass wir uns das hier gleich anschauen. Und zwar, was brauchst du alles dafür? Du brauchst, damit du das nachmachen kannst, die Software von BetOnValue, wenn du das noch nicht hast. Unter dem Video kannst du dir ein Konto einrichten. Dann brauchst du die BetOnValue Masterclass von der Sportsbetting Academy. Auch unter dem Video kannst du da dir einen Zugang einrichten. Dann brauchst du die Software Excel plus das Dokument aus diesem Video hier. Und du brauchst auch Zugang zu diesem Video in voller Länge, um das Gesamte dahinter zu verstehen. Viel Spaß damit und wenn das Video jetzt dann gleich aufhört, in normalen Länge für YouTube, unter dem Video klick bitte auf die 10 Sportwettentipps, damit du dir einen kostenlosen Zugang einrichten kannst, damit du das Video in voller Länge anschauen kannst. Wenn wir zwei Treffer haben sollten, dann sieht das hier, haben wir 208 Euro Auszahlung, weil 2 mal 104,11 sind 208,22. Unser Invest war 100 und somit sieht man eben hier auf der rechten Seite, wie hoch eben unser Profit dann hier ist. Und wir sehen, wenn alle 6 richtig wären, dann hätten wir hier 624 Euro Auszahlung bei einem Invest von 100 Euro. Könnten theoretisch gesehen dann alle Spiele auch unentschieden ausgehen. Wir haben keinen einzigen Treffer, wenn alle unentschieden ausgehen, dann habe ich auch nichts verloren, weil dann kriege ich meine 100 Euro wieder zurück, durch dieses Draw No Bad. Nur wenn eben alle verlieren, also wenn alle Favoriten jetzt aufgehen sollten, ausnahmslos, dann hätten wir hier diese 100 Euro verloren. Sobald eben ein einziges von diesen 6, was mathematisch hier sehr wahrscheinlich ist, sobald nur ein einziges von diesen 6 richtig ist, steigen wir schon mit Gewinn aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.